Musik Okay, hallo, ich bin der Christa und werde euch heute zeigen, wie man ein Video programmiert bei Squatch Dunia, dass es schneit. Zuerst gehe ich in die App Squatch Dunia. Dann tippt aufs Haus, um ins Menü zu kommen. Dann drückt aufs Plus, um ein neues Projekt zu starten. Dann geht auf Landschaften und nimmt die Landschaft mit den Wald. Drückt dann auf den Haken. Geht dann wieder auf das Pluszeichen, um eine zweite Landschaft herzustellen. Nimmt dieses Mal die Landschaft mit Schnee. Dann drückt auf den Haken. Und dann geht die Landschaft 1. In Landschaft 1 drückt lange auf die Katze. Und drückt dann auf das X. Dann geht es in Landschaft 2. Dann drückt lange auf die Katze. Und drückt dann wieder auf das X. Nimmt in Landschaft 1 das Pluszeichen und nimmt die Fee. Dann drückt auf den Haken. Dann nimmt Landschaft 2. Und drückt auf das Pluszeichen. Nimmt dann die Fee. Drückt dann wieder auf den Haken. Dann geht zurück in Landschaft 1. Dann geht auf Start, auf das Zeichen und nimmt die Fahne. Als nächstes müsst ihr auf den Pfeil. Geht mit dem Pfeil, nimmt vier Pfeile nach vorne. 1 Als nächstes könnt ihr in Ton. Wenn ihr in Ton drin seid, könnt ihr entweder einen Ton aufnehmen oder Pop. Wenn ihr den Ton nehmt, könnt ihr eigene Sätze herstellen. Jetzt auf Figur und Machen. Macht auch die Figur, wo man nur die Umrisse sieht. Dann geht auf das rote Zeichen. Dann nehmt da, wo die 2 draufsteht, um die Schneenlandschaft zu sehen. Dann geht in Landschaft 2. Als nächstes könnt ihr die Fahne wieder nehmen. Und als nächstes könnt ihr ein paar Freundensprünge programmieren. Das war's. Dann geht ihr in Landschaft 1. und drückt auf Vollbild. Dann drückt auf die Fahne, um das Video zu starten. Das war's. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr aber auch andere Projekte machen. Tschüss!